Servus, grüß euch, ich bin's Dominik Nikolaus, euer Barustamacher aus dem Chiemgau. Ich möchte euch heute eine Maschinenvorstellung machen, ein bisschen was herzuziehen. Heute geht es um die Profitec 800. Ihr habt es vielleicht schon ein bisschen mitgekriegt, wir sind jetzt Profitec und ECM-Fachhändler, also eine richtig bärige, coole Sache. Da werden in nächster Zeit einfach noch ein paar Maschinen daherkommen, für uns in die Ausstellung zum Herzuziehen. Und da werden wir immer wieder ein paar Videos machen, wo wir einfach die Maschinen ein bisschen vorstellen. Uns würde es total freuen, wenn euch das gefällt, wenn ihr euch das Video anschaut, wenn ihr es uns teilt bitte auch. und natürlich sehr gerne abonniert. Wir freuen uns da wirklich über jeden, der uns abonniert. Wir wollen in der Richtung gerne ein bisschen bekannter werden, weil wir halt nicht nur Fachhändler sind und was verkaufen, sondern halt auch Servicewerkstatt, das heißt, dann wenn die Maschine halt ein bisschen kränkeln tut, auch dementsprechend reparieren und natürlich für euch da sind. Fangen wir wirklich an. Profitec 800. Ihr habt es ja schon mitgekriegt, wir werden Profitec und ECM-Fachhändler. Dann kommen wir jetzt im September, kommen jetzt die ganzen Maschinen, da wird auch die Ausstellung noch ein bisschen umgebaut und dann haben wir einfach die Maschinen da zum Einschalten, zum Herzuziehen und solche Geschichten. Also werden wir da auch nochmal ein paar Videos in nächster Zeit mit den anderen Modellen machen. Die Profitec 800 ist eine von den größten, also die größten, die 800er halt einfach von Profitec und ich möchte euch gerne ein bisschen zeigen, weil die nämlich ein Dipper-Brühsystem hat, das ist eine ganz genial, coole Sache, ist einmal ganz was anderes und ich möchte es einfach zeigen, weil die Maschine wahnsinnig toll ist. Also, ihr seht es schon, die Maschine steht euch so ein bisschen Wuchtbrumme, die hat auch ein bisschen Gewicht. Wir brauchen bei einer Handhebelmaschine, brauchen wir ein bisschen Gewicht, weil sonst haut es euch hinten auf und das wollen wir natürlich nicht. Die Maschine hat um das knapp 37 Kilo, hat hinten einen 3,5 Liter Kessel drinnen, das heißt, das ist ein riesiger Kessel, also verhältnismäßig. Ihr kennt das bei den normalen Espressomaschinen, sind die bei 1,5 Liter, 2 Liter oder irgendwie sowas. 3,5 Liter, erstens, wir haben ein Gewicht, das brauchen wir danach gleich wieder, wenn ich das Dipper-System erkläre, wir haben ein Füllvolumen, wir haben ein Dampfvolumen und wir haben ein Wärmevolumen und das geht halt nicht so schnell flüten. Das heißt, ihr könnt die Maschinen für daheim hernehmen, ihr könnt sie aber auch durchaus in einem Büro oder in einem ganz kleinen Restaurant ein bisschen hernehmen, weil einfach die Maschine so viel Energievolumen da hat, dass euch das, wenn die Maschine halt von hinten einfach mit dem Wasser wieder rein nachfüllen tut, sprich, wenn das Wasser in den Kessel reingeht, da halt einfach die Energie nicht verloren geht, sondern ihr kennt das bei den kleinen Maschinen, die müssen dann wieder aufreizen, sonst eh eine Geschichte, und das haben wir halt da einfach nicht. So, ihr seht, die Maschine, die wird mit Holzgriffen ausgeliefert, also eine Handhebelmaschine, die mit einem Kolben und einer Feder ausgestattet ist. Wir haben, wie gesagt, den 3,5 Liter Kessel drinnen, wir haben einen 2,8 Liter Wassertank da drinnen, und ihr kennt es ja auch so, ob sie die Maschine mit Wassertank oder mit Festwasser laufen lassen. Was ganz genial ist eigentlich, ihr arbeitet bei dieser Maschine eigentlich den Prüfvorgang ohne Pumpe. Das haben wir bei einer normalen Maschine nicht, ihr kennt das bei einer normalen Maschine. Spannst du den Siebträger ein, drückst auf den Knopfball oder zurückzogst den Hebel und dann fährt halt die Pumpen einfach. Da machen wir es komplett ohne Pumpen. Die Maschine hat eine Pumpe verbaut, und der einzige Moment, wo die Maschine mit der Pumpen arbeiten tut, ist der, wenn die praktisch über Wassertank laufen tut, dass die praktisch, wenn der Kessel vom Füllstandsensor ein bisschen Wasser wieder nachbracht, dann tut die bei der Wassertankversion oder beim Wassertankanschluss mit der Pumpen den Kessel wieder befüllen. Ich schließe die Maschine über Festwasser hinten an, dann läuft auch keine Pumpen nicht, sondern dann befüllt sich der Kessel über ein Magnetventil und dem Leitungsdruck. Also das heißt, dann läuft gar keine Pumpen nicht. So, wir haut jetzt dann das Brühen hin, wenn wir keine Pumpen brauchen. Das ist schon wieder so eine Sache. Und zwar ein Dipper-System. Dipper-System ist total genial. Gibt es bei der Elektra, gibt es bei der Profitec, und zwar originalgetreu, so wie es sich halt eigentlich gehört. Ihr kennt manche Maschinen mit Hebel, wo man Hebel runterzieht und dann fährt halt einfach die Pumpen. Das ist eine wunderbare, nette Sache und das ist wirklich toll. Also bitte, nicht falsch verstehen, gar nicht. Aber die macht es halt ohne. Das zeige euch. Wenn die Maschine da hinten eine Temperatur hat, und ich habe da unten meinen Siebträger eingespannt mit meinem Kaffee, dann ziehe ich meinen Hebel nach unten, und ich brauche, wenn ich den nach unten ziehe, dann schiebe ich mir einen Kolben nach oben gegen eine Feder. Umgangssprachlich gesagt, ist das echt eine brutale Feder. Also du darfst schon ganz schön runterziehen, ist aber gar nicht weiter wild. Also wie gesagt, das kann man schon, das ist überhaupt kein Thema. Deswegen brauchen wir auch da hinten ein bisschen Gewicht, weil wenn ich da runterziehe, muss die Maschine halt auch stehen bleiben und nicht hinten aufschnappen. Und deswegen haben wir schon da schon ein bisschen eine bessere Verbauung nochmal mit drin, ein bisschen eine schwerere Verbauung, dass ich einfach da den Hebel runterziehen kann. Dann ziehe ich den runter, warte, also dann fließt man da praktisch das heiße Kesselwasser, das Brühwasser, in die Brüheinhalt rein, und läuft praktisch nach unten durch den Siebträger. Das heißt, rein über den Kesseldruck läuft man das Wasser da unten rein. In dem Moment, wo Wasser unten beim Siebträger rauskommen wird, weiß ich als Espressi, als Barossa, dass sich das Wasser durch den Kaffee durchgearbeitet hat. Das heißt, ich habe den Hebel unten und kann ihn dann praktisch loslassen. Das heißt, der Hebel geht ganz gemütlich langsam nach oben, der Kolben geht nach unten über die Federkraft und brüht mir den Kaffee rein über die Federkraft. Das ist eine total geniale Sache, weil du halt eine richtige Handhebelmaschine hast, ohne irgendwelche Fremdeinwirkungen mit Pumpen, mit Druckeinstellungen, lauter sechne Geschichten, sondern tatsächlich über die Federkraft das zusammenbringst. Und den Brühdruck kriegst du sowieso über den Maulgrad zusammen. Also das heißt, Maulgrad muss natürlich ein bisschen zusammenpassen, das ist natürlich klar. Aber wir haben keine Ablenkung über die Pumpenkraft oder sowas. Manchmal wird der Pump ein bisschen keukig, manchmal geht es nicht mehr so gut oder sowas. Das habe ich alles nicht, sondern tatsächlich ein reines Dippersystem mit einer Kolbenbrühung. Eine ganz bergige, geniale Sache, also wirklich schön. Die Maschine ist schon ein bisschen größer. Das heißt, auch die Auffangschale hat ein Füllvolumen von 1,2 Liter, also da geht schon ein bisschen was rein. Ihr kennt das, wenn du sonst jeden Tag das ausladen musst, so hat es dir sowieso. Aber wenn du einmal ein Fessel hast oder sowas, oder ein kleines Restaurant, dann ist es halt einfach so gebaut, dass das nicht immer gleich zum Ausladen wahrt. Habe ich ein kleines Restaurant, konnte ich die Maschine über Festwasser ja wie gesagt ausschließen. Und ich kann auch bei der Ablaufschale unten drunter einen Ablaufschlauch auch nochmal festmachen. Dann muss ich es im täglichen Betrieb nicht immer sofort ausladen, weil es halt einfach weglauft. Und auf Nacht mache ich es halt einfach sauber. Die Maschine hat da unten drinnen ein PED-System. Das heißt, ich kann also die Brühtemperatur, die Kesseltemperatur auch noch dementsprechend einstellen. Also eine ganz schöne geschmeidige Sache. Und ich habe da das Kesseltruckmanometer. Das heißt, ich weiß, wenn ich da unten die Temperatur einstelle, was habe ich denn da für einen Druck? Eine ganz berige, schöne Sache. Die hat auch ganz stabile, schwere, wie sagt man denn, T- und Dampfeinheiten. Das sind also richtig dicke, schöne, große Dichtungen. Wir haben sie jetzt erst aufgehabt. Ich schaue ja alles nach. Wir schauen ja alles nach und machen ja jede Maschine wieder auf. Das sind schon einmal eine ganz andere Klasse. Also die Dampf- und T-Einheiten, rein von den Dichtungen her, von der Verbauung her. Ich kann da wunderbar schön auftrauen. Das ist einfach ein Zug-Element und läuft eigentlich sehr, sehr gut. Natürlich No-Burn-Rohre mit verbaut. Das heißt, ich habe da dieses doppelte Plastikröhrchen da drinnen. Das heißt, dass die Dampf-Pflanze auch nicht zu heiß wird. Und dann ist das eine schöne Sache. Ich kann, was auch noch ganz cool ist, und ihr seht es jetzt leider nicht so ganz, da hinten ist noch ein kleines Ventil. Das kann ich mit einem Schraubenzick ein bisschen verstellen. Und da kann ich praktisch den Durchlauf vom Wasser, vom Kessel in die Brüh-Einheit auch noch steuern. Wie schnell läuft mir das Wasser da rein? Das kann ich langsamer und gemütlicher machen. Ich kriege also da auch noch sogar eine Art Brüh-Profil zusammen. Und das ist schon wirklich eine ganz beerdige Sache. Die Maschine hat alles drin, was man so braucht. Für einen Espressionisten, wo ich rein mit der Hebekraft das brühen tue, ist das die ideale Maschine. Wir haben es, wie gesagt, dann auch da. Also wie gesagt, wenn die Maschinen alle kommen oder so, im September. Und kann es euch tatsächlich nur ans Herz legen. Kostet auch ein bisschen was, lebt aber ewig. Durch das, dass wir eigentlich die Pumpe so gut wie gar nicht brauchen, haben wir bei der Pumpen nicht viel Alterssachen, Verbrauchssachen oder so jene Geschichten. Sondern tatsächlich, es ist so eine Hebebrüllgruppe, die gehört da unten einmal, immer wieder einmal auseinanderbaut. Und die Kolben und die Kolben-Dichtungen werden ein bisschen revidiert. So alle fünf Jahre oder so. Also je nachdem, wie der Kunde auch ein bisschen mit der Maschine umgeht, filtert es ein Wasser. Das ist mir ganz, ganz lieb, weil der Kalk immer die Lebenszeit von der Maschine ist. Und ich finde das so ganz wichtig, dass die Maschinen entkalkt werden und dass die ein sauberes Wasser kriegen. Weil meine älteste Maschine, sage ich manchmal immer wieder, ist 42 Jahre alt und die läuft halt immer noch super. Und das bei so einer Maschine, ich glaube, da geht nichts drum, da drauf vorbei, bitte vorfiltern. Und das wollen wir uns ganz lieb am Herzen kriegen. Für das sind wir auch ein Brüter-Fachhinter, wo wir eigentlich also nicht nur die Maschine verkaufen, sondern auch miteinander ein bisschen schauen, wie kriegen wir den auch da in die Maschine ein sauberes Wasser rein, so dass die Maschine halt möglichst lange lebt. Das war jetzt einmal so eine kleine Kurzvorstellung gewesen von der Profitec 800. Ich hoffe, es gefällt euch ein bisschen. Wir finden es alle miteinander total genial. Also wirklich eine tolle Sache. Weil es einfach das alte Brühverfahren ist. Ich habe da hinten noch die ganz alten Elektras, die auch noch ganz ähnlich laufen, aber die sind noch ganz klein und so ganz eine liebe schöne kleine Maschine. Und das ist halt einfach eine Maschine, die kann ich für den täglichen Gebrauch hernehmen. Ich habe genügend Volumen da drin. Ich kann einmal ein Fessel machen und ich kann es auch mal in einem kleinen Restaurant als Hebemaschine, als Träger praktisch, auch noch hernehmen. Ich hoffe, das gefällt euch ein bisschen. Uns gefällt es gut, die Maschine. Das dürfen wir so sagen. Wir kennen es von innen. Deswegen können wir es auch verkaufen. Das ist mir ganz wichtig. Und das war es soweit. Also ich freue mich, wenn ihr das Video anschaut, wenn ihr es ein bisschen liken werdet, wenn es euch ein bisschen gefällt. Ich möchte euch doch bitte sehr gerne. Das ist einfach so eine Sache, das mache ich. Das mag ich auch gerne, wenn da Rückfragen kommen, weil ich vielleicht ja auch nicht alles, vielleicht habe ich etwas übersehen beim Erklären oder vielleicht kann man noch etwas ergänzen. Und da bin ich natürlich auch ganz gerne mit dabei, dass wir das so in die Richtung ein bisschen weitermachen. Servus, Dankeschön. Ich sage euch ganz lieben Dank. Servus.